Es ist gut, wir hatten ein tolles Essen, wir sind zurück in den Hotel. Glück für mich, dass er attraktiv ist. Wir haben gut gegessen. Dann sind wir zurück ins Hotel. Glück für mich, dass ich ihn attraktiv... Der Bedrohme hat besser Licht. Und seitdem wir nur Freunde sind, muss ich nicht sicher sein, dass ich mein Körper bin. Komm schon, du bist schön, du hast nichts, dass ich mich missen. Nicht im Schlafzimmer ist besser. Und da wir ja nur Freunde sind, muss ich mir keine Gedanken an meine Problemzonen machen. Ach komm, okay, du bist wunderschön. Viel zu gefühlsduselig. Abstellen. Die dagegen haben sich nie vorwärts bewegt. Hat natürlich seinen Reiz, sich mit Ahnungslosen zu umgeben, die ihren Mist nicht durchschauen. Ich fange mal damit an, zu sagen, dass jede Geschichte zwei Seiten hat. Und das ist meine Seite. Die richtige. Okay. Okay. Calm down. I clearly pushed you a little far, I'm sorry. Look, I'm... I'm just trying to help you. Okay. Beräuge dich. Gerade habe ich es übertrieben. Tut mir leid. Hey, ähm... Ich versuch nur zu helfen. Oh, I'm sorry. Are you a plane doctor? No? So shut the hell up. Sind Sie Flugzeugdoktor? Nein? Dann halten Sie einfach die Klappe. Okay. Okay.